Okay, ich bin froh, dass ich überhaupt diese Aufnahme machen kann und diese Reaktion. Und damit nicht irgendwas schief lebt, legen wir sofort los. Let's-a-go! So, letzten Tag haben sie ja das Grundstück gekauft. Oh oh. Well, this frickin' sucks. This is me for... Oh yeah. Yeah, when you said come and hang out, I didn't know we'd literally be playing in the dirt. Oh come on guys, it's not about having a TV or furniture or even fundamental living materials. It's about spending time with your friends. Hey. Who wants to go to my place? Oh thank god. Yahoo! Let's-a-go! Oh! Oh come on, who wants to, uh, read this book and conjunct divide us with me? Hey! Hey, das ist eindeutig nein. When were we going to get that new castle you were talking about? I, uh, need to save up for it still. If money is an issue, then why don't we help SMG4 raise money for a new castle? Oh, guter Schachzug wär das. Oh, nicht schon wieder. Hahaha! Hahaha! Oh... Does this place even get any foot traffic? This is gonna be good! You know it! Many hours later... Nope. Uh... 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 There's someone! Quick! He might want some lemonade! Oh nein, das ist dieser Clown! Das sah aber ein heftiger Tritt in die Pokobölle! Sieben! A pipp-medi-thodo-thodo-thodo-do-do-do-ego! Guys that's it! Hey, oh, h S E E E E L E E S D A E E ng do E E E E D G D S?! Mhmmm hmmm 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 hmmmhone Step right up step right up. You all invited to perform in the amazing SMG4 show! A show? How would that work? Well i have lying around here a bunch of circus bumps to find something we might like. We never done circus stuff before wir in der Let's Hero Eben! Aber ne Menge verschiedener Wilderkram. Yikes. Jetzt die Frage, wer nimmt was? Okay, Sideskater. Oder Driver. Oh nein, ich ärzt jetzt schon, ich ärzt jetzt schon. Die Zielscheibe, die fällt so auf. Nein, er nimmt die Kanone. Äh... Okay, Tau, jetzt wurden noch einige versteckte Talente. Naja, es ist ne Hassliebe. Äh... Ja. Niemand mag so richtig, diesen Clown-Charakter. Melanie hat keinen Partner. Ja. Äh... Är du sicher? Ja. Okay. Keep going. Haha. You can do it. Yes. Let us begin. I think that's Lashley. Woah. Oh nein. Mario macht das. It's dead for Bob. Oh nein. No. It's my turn now. I knew anyone would do that, but... Oh. 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 Oh nö. Let's go! Very scary? No. The hunt... Is on! Hey! Come back here! Haha, heee. Huh... When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some systems journée! Ah... No! No! Okay, da war irgendwas peinliches dazwischen. Ne Handpopper. Ne ganz schön creepier. Was macht Goku hier? Acasio hilft mit, wie's aussieht. Für die Musik. Zusammen mit Saiko, vermute ich mal. Saiko war ja bisher noch nicht da. Hä? Popper Placement. Kio blacht. Ja, Saiko und Kai zu helfen. Kio blacht. Spaghetti clown brothers. This is stupid. Yep. Oh yeah. Weeeeee. Eh, ja. Mario! Okay. Do something! Hmm. Oh! 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 Luigi! Mamma mia! Oh! Oh no! Holy Crap! Oh! Die nochя jetzt. Ey, die noch nicht! Das war schon lustig. Wie geht es dir? Schock meine Tings. Okay, bobsch. Über zwei Piken, Alter. Da hat sich gerade ein Camper machen. Yo. Ah, nein! Sorry, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel gearbeitet. Nein, warte, 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 warte! S33, mach etwas! Ich bin verloren. Good morning. Good morning. Yay! Hehe. Haha. Oh, oh! Yo, Mom! Oh. Wahoo! Woah! You saved the showground! Yikes. Please kill me. Yes, with this money, we can finally afford a new castle! Actually, with the cost of this all set, we're probably only left with enough advantage. I'll take you! Besser als gar nichts! Kill me! Yeah, that was the today's video. Thank you very much for your time. Bye! Bye! Vielen Dank.